Sie schließen Ihre Wohnung ab und Ihr Fahrrad ebenfalls. Warum also nicht auch Ihr Tablet? Die GRIPSO Tablet Halterung eignet sich für jeden, der ein Tablet im halböffentlichen Raum benutzt. Wie zum Beispiel im Büro oder im Einzelhandel, wo Tablets bei vielen Vertriebsaufgaben zum Einsatz kommen. Der GRIPSO Gorilla Grip sorgt für einen einzigartigen Schnellverschluss mit Schnellentriegelung, wodurch Ihre Tablets mobil bleiben und im Verkaufsbereich geschützt werden. Die Griffe sind einstellbar, sodass Tablets jeder Größe und Marke passen. Der Blickwinkel kann mit einem Imbusschlüssel einfach angepasst werden und Sie können Ihr Tablet an Tische oder Wände anbringen. Die mechanischen Sicherheitshalterungen von GRIPSO eignen sich perfekt für Tablets im Einzelhandel und schützen Ihre elektronische Ware.